Direktdruck auf Forex Der Direktdruck auf Forex von Whitewall ist ein unkompliziertes Einsteigerprodukt. Forex ist eine hochwertige weiße Hartschaumplatte aus PVC. Stabil und sehr leicht bieten sich Direktdrucke auf Forex auch für kurzfristige Einsätze bei Events oder Ausstellungen an. Sie eignen sich zudem für regengeschützte Außenbereiche und Bäder. Ihr Foto wird direkt auf die weiße Oberfläche der 3 mm starken Forexplatte gedruckt. Für diesen modernen Sechsfarbdruck verwenden wir UV-härtende Tinte. Optimiert für den Fotodruck sorgt er für leuchtende Farben und Detailschärfe. Wir fertigen Ihren Druck in Ihrem individuellen Wunschformat und auf den Zentimeter genau. Bei Direktdrucken auf Forex in Motivmaßen zwischen 9 x 9 cm und 190 x 145 cm. Für eine unkomplizierte und sichere Aufhängung bieten wir standardmäßig angebrachte Halterungen an. Bei kleinen Formaten mit Kantenlängen unter 25 cm Einhaker aus Kunststoff. Bei größeren Formaten ab Kantenlängen über 25 cm Umlaufende Aluminiumschienen. Durch die passgenaue Hülle der Art Security-Verpackung ist Ihr Werk beim Versand gut geschützt und kommt sicher bei Ihnen an. Whitewall – Bilder, die bleiben Bei einer Sturz- und Attack-Brown-Fostit 2020 1.5 mm – hoch dove, die bleiben 2.11 mm 1.10 mm 2.11 mm 3.11 mm 4.11 mm 3.11 mm